Wir sind auf dem Weg zu unserer Station. Ja, schauen wir mal. Da ist ein Pirat. Aber die haben gerade gekämpft. Das heißt, die können wir gerade nicht angreifen. Das klappt dann wohl nicht. Ja, die kommen wir auch nicht hinterher. Die sind auch ziemlich schwach. Also dann doch wieder zurück zu unserer Station. Schade. Ja. Okay. Da ist sie schon. Da müssen wir unsere Industrial Equipment mitnehmen und die Low-Tech-Komponenz. Das hat dann schon gut funktioniert. Hier einmal raus. Leave. Und dann zur Station, die hier unten wahrscheinlich ist. Ja. Da geht's hin. Hier haben wir die Piraten noch. Nein, leider nicht. Okay, da ist die Station. Hinder. Und da verkaufen wir jetzt die Industrial Equipments. Da kriegen wir ein paar Punkte für. Disconnect. Und einmal hier reingeguckt. Ja, damit müssten wir eigentlich hinkommen. Dann würde ich sagen, können wir hier raus. Und zum Sprungtor hin. Das war kein Sprungtor. Das ist es. Können wir wenigstens noch einen Abstecher zu unserer eigenen Station machen. Einfach aus dem Grund, weil da vielleicht gerade was produziert wird, oder? Ah, es ist jetzt zu spät, denke ich. Da ist das Sprungtor. Dann sind wir schon weg. Okay. Und dann liegen wir hier hinten wieder hin, oder? Hat er den nicht genommen? So, jetzt aber. So, dann in die Richtung. Ja, da ist jetzt produziert worden. Dotech Komponenten und Supplies sind auch gemacht worden. Reichlich sogar. Gut. So, jetzt müssen wir langsam ankommen. Da ist es. Dann fliegen wir da hin. Auf geht's. Ja, ein bisschen schweigsam in der Runde, wegen der schlechten Stimme halt. Sonst muss ich auch noch so viel husten, wenn ich so viel rede. Oh, nee, das war falsch. Das ist richtig. Da gibt es ja reichlich, wa? Obwohl, das ist nur so viel. Ja, komm, oder? Nee, brauchen wir auch nicht. Confirm. Jetzt können wir woanders hinfliegen. Was nehmen die an hier? Ja, nichts, was wir haben. Aber das hier nehmen sie auf jeden Fall an, ne? Ja. Gut. Wieder raus aus dem System dann. Ist dann zu überlegen, ob wir Richtung Zentronorm fliegen, um die Low-Tech-Komponents dort zu verkaufen. Müssen wir mal gucken, ne? Das wäre hier unten. Da wären auch gerade ein paar Piraten in der Nähe. Vielleicht können wir die hier aufreiben. Weil so ein kleines Gefecht wäre ja auch mal wieder ganz schön, oder? Na, die sind immer noch da. Aber da ist noch eine weitere große Flotte rundherum. Fraglich, ob wir da irgendwas machen können. Aha. Und Beigeflogen, geht das nicht? Komm, jetzt hau ich ab. Nee, das wollte ich gar nicht. So. Machen wir mal erstmal alle. Oh, jetzt haben wir tatsächlich alle dabei. Das wollte ich doch gar nicht. Ah. Jetzt hat das wieder nicht geklappt. Na komm. So, das Dismiss. Die sind schon da. Den hätte ich noch gerne dabei. Den auch. Den auch. Den auch. So. Ach so, die anderen haben alle hier keine. Ah, super. Tja, gut. Die anderen sind jetzt da unten. Okay, dann lassen wir weiterlaufen. So, das ist unser Schiff. Okay, das große da oben. Was ist denn das für eine Waffe fällt mir gerade so auf, hä? Da sind ja Waffen da drauf. Das ist Pille-Palle, hä? Okay. Egal. Müssen wir wohl durch. Oh, da geht's. Okay. Und die anderen kommen alle auf? Oder nicht alleine? Oh. Das sieht gerade nicht gut aus. Wenn, geht auch nicht irgendwie. Äh, was machen die hier unten? Gar nichts. Ähm. Okay, irgendwie klappt das gerade nicht so sehr. Keinen blassen Schimmer. Warum? So, jetzt aber, oder? Jetzt haben wir noch selber Schaden genommen, weil wir zu doof zum Fliegen sind. So, den haben wir schon kaputt gemacht. Aber auf eine sehr eigenartige Weise läuft das hier gerade. Oh, jetzt kommen da irgendwelche Größeren, ne? Kann da sein? Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Wir müssten dann mal weg. Vielleicht, äh, ja. Vielleicht, äh, kriegen wir das ja nochmal hin. So, mal gucken, was die anderen machen. Ja, irgendwie, äh, passiert da nichts, ne? Das ist schon komisch, was hier gerade läuft. Okay, wir greifen weiter an. So. So, wie sieht's aus? Äh, ja. Wir sind hinter dem, greifen den voll an, glaube ich. So, er greift uns weniger an, hat vorne Waffen, die uns total zerstört hätten. Tja. Ja, irgendwie klappt das nicht so. Ich weiß nur noch nicht, was das ist. Tja. V geht nicht. Irgendwie haben wir uns leer geschossen, oder was? So, da müssen wir was ändern. Irgendwas müssen wir ändern, aber ich weiß nicht, was. Tja, jetzt haben wir uns alle drauf losgejagt. Mal gucken, was passiert, aber... Mal kurz hinterher gucken, ob wir da noch was erzählen können. Ja. Die Reichweite ist natürlich von ihm viel größer wie unsere. Mal gucken, was passt nicht. Das, was sein heißt, dann раб." komisch transfer command ich weiß aber nicht wohin irgendwie kann das ding nichts machen was sind das für schiffe bitteschön die irgendwie so nix machen können ich kann den ich steuer nix immer besser ja keine ahnung wir haben auf jeden fall nix verloren die haben zwei verloren send out salvage team bringt auch nix das nehmen wir alles mit war jetzt nicht so erfolgreich aber wir haben was gekriegt ok gut dadurch haben wir jetzt einen kleinen aufstieg gehabt mit unseren leuten wir haben ein bisschen erfahrung gekriegt und level up war da sogar auch noch bei gar nicht mehr so schlecht in dem sinne gut dann machen wir gerade den level up doch denke ich mal hier können wir nichts mehr machen weil wir die zehn punkte erreicht haben jetzt müssen wir uns da oder da entscheiden tendenziell neige ich dazu wenn wir weiter kämpfen wollen hier mehr zu machen und ich glaube das tun wir jetzt auch mal haben wir weiter weniger damage vom motor und wir werden schneller das ist auch wichtig gut dann haben wir das kommen wir weiter rein hier ja das müssen wir alles reparieren dann mit der zeit und wir sind hier und fliegen jetzt mal wieder da zu den dingen hin lassen wir laufen was war das für ein ding weiß ich nicht flieze weiter jetzt hier hin und fertig jump und ja das wissen wir schon so dass wir wieder das was ich gedrückt habe das ist auch verkehrt da war die training station her und fliegen wir dahin unsere vorräte schrumpfen gerade relativ stark liegt daran dass man glaube auch unterwegs repariert gut die low tech komponenz können wir jetzt loswerden und und haben wir punkte für gekriegt hier raus da rein und da brauchen wir nachschub da nicht dann machen wir mal 100 drauf und in unserer flotte können wir was befinden in dem sinne warum der eine da jetzt nicht flog das aber das kann damit zusammenhängen dass die nicht werden es hatten dann haben wir jetzt waffen und die kümmer war gar nicht einbauen wahrscheinlich oder wie sehe ich das das hier die erwarte da stehen preise hinter das heißt die könnte man rein theoretisch nehmen aber wir haben hier keine punkte frei ist da jetzt was möglich da auch nicht da liegt es hier einfach an den punkten die wir jetzt nicht genug haben ok dann wird es auch gar nicht gehen damit aber die waffen würde ich jetzt nicht verkaufen wollen die lassen wir mal drin denn das macht sinn so dann würde ich sagen wieder zum sprungtor hin aber das ganze machen wir in der nächsten folge ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss